Die Borg antworten nicht auf unsere Rufe. Feuer. Lebenszeichen. Kein. Schicken Sie einen Erkundungstrupp. Stand Commander Russell, bringen Sie es rein. I-Captain. Sarah, es ist lange her. Ja, Christoph, noch sehr lange. Gut siehst du aus. An manchen Stellen zu gut. Ich habe nie einen Start-Erlaubnis. Chris, ich muss noch zu Admiral Sound. Wie wäre das anschließend mit einem Drink? Wenn du einen ausgibst? Nee, uns aber. Gut, dann bis später. Lieutenant Werner, Position der Subrahmstörung. Sie hat sich unserer Kursänderung angepasst. Captain, ich werde mit Davila und Sheldon auf das Romulana-Schiff rüberbiegen. Captain, während ich mit meinen Leuten den Transporterraum übernehme, müssen Sie die Energiezufuhr sichern. Wissen Sie, wie Sie von hier zur Brücke kommen? Ja, kein Problem. Dann los. Wir sind uns zum letzten Mal begegnet. Torpedos... Colonel Tart. Es sammelt sich hier mein Missverständnis. Nicht was meine Person angeht, sondern Ihre. Ich weiß nicht, was geschehen ist, dass man Ihnen hat Glauben machen können, Sie ist ein hormonalischer Abstamm. Ich versichere Ihnen, dass Sie ein Mensch sind. Sie sind Captain Edwards. Sie wurden vor sechs Jahren von den Borg assimiliert. Rote Alarm. Faser und Tartee ist klar. Ziehen Sie aus der Maschinen-Sektion. Wir dürfen das Schild nicht vernichten. Unser Team ist noch drüben. Sollen wir uns vielleicht abschießen lassen? Eindringlinge! Öffnen Sie einen Kommunikationskanal zum anderen Schiff. Wir benötigen dringend Hilfe. Wir werden nicht unter der Besatzung sofort auf dieses Schiff hier evakuieren. An alle, hier spricht der Captain. Suchen Sie sofort den nächstliegenden Transporterraum auf. Nein! Zu spät, Edwards! DERMH Pa polt. DERMH DERMH DINGER